In diesem Video möchte ich zeigen, wie man aus einem Amazon Fire TV Stick eine super Nintendo Konsole macht. Alles was wir dazu brauchen ist natürlich der Fire TV Stick. Dann brauchen wir einen geeigneten Controller, der durch den Fire TV Stick unterstützt wird. Ich habe hier einen von Snakebite. Und dann brauchen wir noch einen Windows PC zum Beispiel. Und wir brauchen ein bisschen was an Software. Ich habe jetzt hier meinen Fire TV Stick per USB-Kabel an meinen PC angeschlossen. Und ich habe ihn gleichzeitig hier an meinen PC-Monitor angeschlossen. Das heißt, ich werde gleich immer hin und her wechseln zwischen dem Stick und dem PC. Und was wir an Software brauchen ist einmal ADB Fire. Das heißt, mit ADB Fire können wir Dateien, die sich auf unserem PC befinden, auf den Fire TV Stick schieben. Und auch eben fremde Apps installieren. Also Apps, die es im Amazon Store eben nicht gibt. Dann brauchen wir noch einen Emulator. Ich habe hier den SNES 9X EX Emulator. Also einen Super Nintendo Emulator. Das ist hier die APK. Das heißt, die werden wir später auf dem Fire TV Stick installieren. Wenn ihr euch auch den besorgt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht die Plus Version nehmt. Denn die läuft eben nicht flüssig auf dem Fire TV Stick, weil die Plus Version für Geräte gedacht sind, die mehr Leistung haben, als der Fire TV Stick hat. Das heißt, damit werdet ihr nicht zufrieden sein, weil das eben nicht sehr gut läuft. Aber hier mit der normalen Version, also nicht mit der Plus Version, läuft alles wirklich sehr gut und flüssig. Dann braucht ihr natürlich eure Spiele, die ihr spielen wollt, klar. Und bevor wir jetzt loslegen können, müssen wir einmal die IP-Adresse des Fire TV Sticks rausfinden. Denn die brauchen wir, um uns mit ADB Fire mit dem Fire TV Stick zu verbinden. Das heißt, um die IP-Adresse rauszufinden, müssen wir einmal den Stick starten. Und ich wechsle mal jetzt auf den Stick. Nun müssen wir nach unten in die Einstellungen. In den Einstellungen gehen wir auf System. Im Bereich System finden wir den Bereich Info. Und dort gibt es das Feld Netzwerk. Und hier finden wir die IP-Adresse unseres Fire TV Sticks. Die brauchen wir, um uns zu verbinden. Das heißt, ihr müsst die jetzt einfach mal auf einen Zettel schreiben. Und im Grunde können wir dann auch wieder hier rausgehen und wieder zu unserem PC wechseln. Nun können wir damit beginnen, ADB Fire zu installieren. Das ist hier die Installationsdatei. Ihr solltet euch einen leeren Ordner einfügen. Die Installationsdatei dort reinschieben. Und jetzt die Installation starten. Denn hier werden gleich mehrere Dateien entpackt. Ich habe das Ganze bereits hier gemacht. Deswegen öffne ich das Ganze hier. Und das wird dann bei euch so aussehen. Und ihr klickt jetzt hier auf ADB Fire, da wo das blaue Logo ist, um ADB Fire zu öffnen. Das kann einen kleinen Moment dauern. Hier oben wird bei euch noch nichts sein. Ich habe hier bereits mein Gerät angelegt. Damit ihr euch ein Gerät anlegen könnt, müsst ihr auf New drücken. Da ich das Ganze hier schon gemacht habe, drücke ich auf Edit. Und das Fenster wird bei euch so aussehen. Die einzigen Einstellungen, die ihr machen müsst, ist einmal hier eine Bezeichnung zu geben. Ich habe hier einfach 1 eingegeben. Und hier gebt ihr diese IP-Adresse ein, die wir eben soeben im Fire TV Stack ermittelt haben. Weitere Einstellungen sind hier nicht vorzunehmen. Das heißt, ihr lasst alles so, wie es ist. Und bestätigt das Ganze mit Save. Jetzt muss man einmal auf Connect drücken. Und man sieht, Connected Devices, dass jetzt hier diese IP von meinem Fire TV Stick erschienen ist. Ich markiere die einmal hier blau. Und jetzt kann ich dazu übergehen, meine App zu installieren. Das heißt, ich werde jetzt einmal den Emulator hier installieren. Dazu klicke ich auf Install APK und suche meine App raus. Markiere sie, gehe auf Öffnen. Und muss nun bestätigen, dass ich diese Datei auf dem Fire TV Stick installieren möchte. Ich bestätige mit Ja. Und jetzt können wir hier unten den Prozess sehen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Sobald die Installation erfolgt ist, erscheint hier Installed. Das heißt, wir haben die App jetzt auf dem Fire TV Stick installiert. So schnell geht das. Jetzt müssen wir noch unsere Spiele auf dem Fire TV Stick schieben. Dazu können wir hier einen Pfad eingeben, in dem das Spiel eben gespeichert werden soll. Ich würde hier SD Card nehmen. Und mit Push kann man jetzt eben eine Datei auf dem Fire TV Stick schieben. Ich gehe wieder in mein Verzeichnis, wähle mir jetzt ein Spiel aus, das ich da spielen möchte. In meinem Fall F0. Bestätige mit Öffnen. Jetzt werde ich wieder gefragt, möchte ich das Spiel dort auf dem Fire TV Stick schieben. Ich sage Ja. Und das war's. Wir haben jetzt die Datei rüber gepusht. Jetzt haben wir bereits alle Schritte gemacht, die wir vom PC aus machen müssen. Das heißt, wir haben den Emulator installiert und das Spiel rüber geschoben. Jetzt können wir dazu übergehen, wieder unseren Fire TV Stick aufzurufen. So sieht mein Stick aus. Bevor ich es noch vergesse, den Controller müsst ihr euch natürlich auch vorher verknüpfen. Ich habe hier eben diesen Bluetooth Controller. Und das Ganze könnt ihr hier in der Controller Bluetooth Geräte machen. Und auf Game Controller könnt ihr eben hier unter Hinzufügen, einen neuen Controller hinzufügen. Bei meinem funktioniert das so, dass ich hier eben den einschalten muss. Jetzt ist er an und hat sich jetzt automatisch verbunden. Und ich kann jetzt hier bereits mit dem Controller meinen Fire TV Stick bedienen. Und das Schöne an dem Emulator ist auch, dass er diesen Controller auch genauso erkennt. Das heißt, sobald ich den Controller hier mit dem Fire TV Stick verbunden habe, wird er auch von dem Emulator erkannt. Und ja, das ist eben sehr praktisch, dass man da nicht groß rumhantieren muss. Das ist alles schon dann funktioniert, also funktioniert alles dann schon. Jetzt kann ich hier auf Anwendungen gehen. Dann auf Installierte Apps verwalten. Und unter SNES finde ich eben hier meinen Emulator, den ich gerade installiert habe. Wenn ich hier draufklicke, kann ich hier die App starten. Und kommen wir nun ins Menü. Hier kann ich unter Load Game ein Spiel auswählen. Ich gehe jetzt einmal ganz nach unten. Das ist eben hier mein Pfad SD-Karte. Und da finde ich F-Zero, was ich eben gerade rüber geschoben habe. Ja, und wir sehen, alles funktioniert wunderbar. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ja, das war's von mir. Ja, das war's von mir.